Hallo und herzlich Willkommen zum Webseminar Functional Trainer. Mein Name ist Roman Bayer, ich bin Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Buchautor. Ob in meinen Group Fitness Kursen oder in meinen Personal Trainings, das Functional Training steht bei mir immer im Zentrum meiner Workouts, wenn ich mit meinen Teilnehmern, Kunden oder Athleten arbeite. In diesem E-Learning-Programm wirst du eine ausführliche Basistheorie zum Thema Functional Training bekommen und wir werden aber auch jede Menge Praxis machen, die du dann in deinen Group Fitness Kursen, in deinen Personal Trainings sowie auf der Trainingsfläche vielleicht im Fitnessstudio umsetzen kannst. Wir werden insgesamt vier Stundenbilder machen, bei denen du vor dem Bildschirm direkt mitmachen kannst. Also ich kann dir schon mal garantieren, das Webseminar Functional Trainer wird dich auch ins Schwitzen kriegen. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit nach dem Webseminar, nach dem absolvieren des Webseminars eine Prüfung zu absolvieren, wenn du zertifizierter Functional Trainer werden möchtest. Wenn du das lieber nicht möchtest, kannst du das Webseminar ganz normal abschließen und bekommst von uns selbstverständlich auch eine Teilnehmerbestätigung zugeschickt. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche dir viel Spaß mit dem Programm.